Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ukrainischer Geheimdienstchef erwartet russische Offensive im späten Frühjahr. Ukrainischer Geheimdienstleiter prognostiziert russische Offensive im Frühjahr. Wie der Chef des ukrainischen Geheimdienstes in einem am Freitag veröffentlichten Bericht angegeben hat, wird für das Frühjahr eine militärische Offensive Russlands erwartet. Er warnte vor einer Eskalation der Situation in den östlichen Regionen der Ukraine. Unsere Informationen weisen darauf hin, dass russische Militäraktivitäten ab Frühjahr zunehmen könnten, sagte er in einer Pressekonferenz. Im Detail wiesen die Satellitenbilder auf eine Verstärkung der russischen Truppen und Waffen entlang der russisch-ukrainischen Grenze hin. Wir sind auf das Schlimmste vorbereitet und haben uns mit unseren westlichen Partnern darauf geeinigt, im Falle einer Eskalation schnell zu handeln, fügte er hinzu. Dennoch betonte er, dass eine militärische Konfrontation nicht das gewünschte Szenario der Ukraine sei. Die Ukraine plädiert nach wie vor für diplomatische Lösungen, um den lang anhaltenden Konflikt zu besteiten. Der Vorwurf des ukrainischen Geheimdienstchefs folgt auf eine Reihe von Berichten über erneute Kampfhandlungen in der östlichen Ukraine und zunehmende militärische Aufmärsche entlang der russisch-ukrainischen Grenze. Die russische Regierung bestreitet jedoch jegliche Pläne für eine Offensive und wirft im Gegenteil der Ukraine vor, die militärische Spannung in der Region zu erhöhen. Seit 2014 hat der Konflikt in der östlichen Ukraine mehr als 14.000 Menschen das Leben gekostet und die regionale Sicherheit erheblich beeinträchtigt. Der jüngste Bericht des ukrainischen Geheimdienstes weist auf die Komplexität und die mögliche Eskalation dieses noch ungelösten Landes hin. Dieses aktuelle Szenario unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden und dauerhaften Lösung für den Konflikt in der Ukraine, der die regionale Sicherheit und Stabilität durch diplomatische Verhandlungen wiederherstellt. Autor Anita Farke, Sonntag, 7. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.